heute wollen wir uns mal mit einem ganz spannenden thema beschäftigen und dazu bin ich ganz froh dass wir den boris lukas aus der schweiz wieder zugeschaltet haben hallo lieber boris hallo andreas schön dass wir wieder zusammen sind ja jetzt will ich auch die zuschauer nicht länger auf die folter spannen obwohl ihr habt im titel ja schon gesehen boris wie unterscheiden sich eigentlich ich sag mal die begriffe aber auch die hintergründe der esoterik von der spiritualität das wird ja in den mainstream medien oft in einen topf geworfen mit einem abwasch genannt aber ich glaube dass das doch ein ganz ganz großer unterschied ist zumindest empfinde ich das so wie siehst du das ja das ist wirklich ein großer unterschied also die esoterik ist natürlich eine grenzwissenschaft sie beschäftigt sich mit phänomenen sie macht den menschen auch dem ganz normalen menschen der jetzt nicht unbedingt die tiefe gehen will auch ein gewisses wissen zugänglich über bücher oder über kurse er kann sich sehr schnell informieren aber es bleibt auf der menschlichen ebene rein menschlich und der mensch kann natürlich sehr viel davon profitieren wenn er für sein leben ratschläge bekommt hinweise wie geht man besser sich um wenn man ja wenn man sich jetzt nicht gut fühlt oder mit freunden mit denen man vielleicht konflikte hat oder wenn man ja vielleicht meditieren lernen will das ist alles sehr wichtig denke die esoterik macht einem zuerst einmal kräfte zugänglich ja also sie bringt einmal über die neugierde dorthin man interessiert sich für einen bereich und man möchte gerne ein bisschen mehr wissen und man hat ja sonst schon so alles in seinem leben erfahren und und jetzt hat man schon eine welt reise hinter sich und ja und jetzt möchte man aber mal mal auch den den esoterischen bereich mal kennenlernen meditiert man mal merkt das war nichts wie wenn man so geht man mal woanders hin also man ist eigentlich ziemlich an der oberfläche aber ist sehr wichtig weil man sich orientiert esoterik macht einem ja bringt einen auf den geschmack irgendwann wird es zur spiritualität weil es nicht mehr um die person geht esoterik stellt die person in die mitte es geht um die person sie will etwas dazu lernen es geht ihr um ein persönliches besseres leben in der spiritualität geht es nicht um ein persönliches besseres leben sondern nimmt man in kauf dass man mit anteilen konfrontiert wird die einem nicht gefallen dass man sein ego kennenlernt dass man ja ich war ja nur neugierig und ich habe ja die liebe eigentlich auch aus dem selbstzweck heraus versucht zu verstehen aber die aber in der spiritualität merkst du das lieber eine ganz ernste sache ist dass liebe eine grundlage des lebens ist dass liebe etwas bedingungsloses ist und merkst auf einmal da stehst du gar nicht als mensch also du musst dir eingestehen dass du noch ziemlich menschlich bist aber es ist wichtig das zu unterscheiden und in der spiritualität geht es genau darum um diese person in all ihren konstruktionen zu enthüllen das was eigentlich ja genau die esoterik macht sie gibt dir noch eins drauf auf deine person jetzt bist du auch noch ein medium jetzt so noch hellsüchtig und hellfühlig und du kannst ja noch anderen was sagen aber du bist immer noch als mensch da bist ganz stark als mensch im vordergrund das ist wichtig und das gehört auch dazu aber irgendwann reicht einem das nicht mehr ja und dann will man tiefer kommen dann wird man auf einmal feststellen dass vielleicht die arbeit die man gemacht hat es hat irgendwie auch spaß gemacht aber vielleicht stellt sich auch eine routine ein das ist nicht in der spiritualität weil da niemals die person im vordergrund steht man hat wohl einen menschen gegenüber aber man schaut nicht so auf den menschen das ist jetzt zum beispiel wie wenn jemand zu mir eine einzelberatung kommt dann sehe ich den menschen und ich habe früher auch gedacht jeder mensch hat wünsche dann dann musste ich richtig richtig tiefer in mich gehen und nicht allein diese menschlichen wünsche zu beantworten oder beantworten zu wollen weil das ist eine ganz klare intention jemand kommt und sagt er will jetzt von der geistigen welt wissen wann er seinen partner trifft er hat diesen wunsch der kommt ja nicht und sagt er will gott treffen einer will einen partner und dann muss man tiefer gehen und sagt ja du wirst dann deinen partner finden wenn du dich auf deine seele konzentrierst dann wirst du vielleicht auch eine wahl eines partners treffen die dich auf eine tiefere ebene führt und nicht nur die äußeren bedürfnisse stillt sondern eine seelische verbindung ermöglicht und in der esoterik ist einfach diese person ganz stark im vordergrund und da wird ganz viel draufgepackt und die spiritualität enthüllt ist eine enthüllende kraft sie befreit sie löst von all den glaubenssätzen und von diesen konstruktionen was auch spiritualität ist muss man auch befreit werden bis man total leer wird eigentlich genau das gegenteil von dem was die person will ja ganz viel haben kann mit wenig wenig anfangen aber ganz viel will sie haben viele eindrücke viele bücher viele seminare bis man irgendwann das alles satt hat dann auf einmal auf den punkt kommt dann wird spirituell und dann sagt man auch bezüglich eines partners ja warum habe ich mir eigentlich einen partner gewünscht warum habe ich mir dies oder jenes gewünscht das geht ja immer um die person die person ist ein nimmer satt und irgendwann erreicht man das herz des ganzen und dann korrespondiert das mit dem inneren herz spricht herz des inneren mit dem herz des lebens und die herzen tauschen sich aus man merkt auf einmal ja eigentlich wünsche ich mir ganz was anderes oder ich nehme wahr dass ich in mir eine ruhe eingestellt hat und das zuerst einmal der friede mit mir selbst wichtig ist und dass ich mich selbst als mensch verstehe dass ich begreife dass ich mir vielleicht auch als partner jemand gewünscht habe der noch viel besser ist als ich vielleicht möchte ich ja dem anderen auch etwas geben können und vielleicht sollte es ja auch bindet bedingungslos sein und es kann zu einer ganz hohen ekstatischen liebe führen eine zweisamkeit wenn es eben nicht esoterisch ist sondern wenn es spirituell ist dann die begegnung richtig tief geht wo man die seelischen erlebnisse erfährt also spiritualität heißt für mich enthüllen auch person enthüllen person entmachten person überwinden menschliche persönliche wünsche zu erkennen und nicht mehr in den vordergrund zu stellen außer man will es unbedingt dann ist es auch eine entscheidung die man leben ja der man folgen sollte wenn man sagt ja man will das äußere leben dann ist der drang da auch dahingehend natürlich auch größer und dann sollte man das auch unbedingt leben weil sonst würde man ja den anteil unterdrücken aber irgendwann ist das alles vorüber und dann beginnt erst die spiritualität dann zieht der friede ein und man sieht worum geht es tatsächlich das tatsächlich ist entscheidend diesen wahren wesenskern zu erkennen das ist eben die grundlage allen seins das ist das echte unvergänglich das ewige und da wird man auch selber zu einem anderen menschen man nimmt viel dinge nicht mehr so wichtig ob man sich mal ärgert oder ja man dann vielleicht eher nachsichtig ist und zum beispiel in der spiritualität schaut man den anderen als als wesen der seele an der bringt wohl seine person mit aber die ist für mich jetzt überhaupt nicht wichtig ist es wichtig dass ich den anderen in seinem herz erkenne und dass der andere weiß dass das was er geben kann überhaupt was er als einziges vielleicht geben kann ist den anderen zu akzeptieren wie er ist und ich meine ich kenne das von kursen wie schnell ist man über irgendjemanden verärgert und kann sich nicht verkneifen dann noch irgendwie über den anderen zu reden das ist menschlich spirituell heißt schau du bist immer spirituell du bist ein spirituelles wesen du warst nie anders du hast nur geglaubt du bist ein mensch und du fühlst dich so menschlich dass du auch so menschlich bist aber du willst dir deine spirituelle seite kennenlernen und diese spirituelle seite tritt hervor wenn du einfach den anderen mal lernst anzunehmen und siehst dass der andere ja auch nichts anderes will als anerkannt zu werden man erlaubt dem anderen ja zu wachsen wenn man ihn anerkennt nicht wenn man sich über ihn stellt es geht immer um diese gleichheit auch wenn wir alle unterschiedlich sind wir sind nur außen unterschiedlich aber in unserem herz sind wir alle liebe und das ist für mich eine hohe spiritualität als mensch dem anderen er hat nicht auf seine fehler zu antworten nicht runter zu drücken sondern ihm etwas zu entgegnen und ihn auch so anzuschauen du bist seele du bist ein göttliches geschöpf das ist spiritualität in dem bezug was kannst du uns noch zur wahren spiritualität sagen im sinne von ja tiefer gehen zum beispiel es wird alles geist alles ist spirituell es gibt überhaupt nichts in diesem leben das unspirituell ist jedes ereignis ist spirituell aber ob man es als solches auch wahrnimmt und als solches erlebt oder ob man sich an kleinen dingen aufhängt wenn mir jetzt zum beispiel ja sage ich jetzt etwas verloren geht oder etwas geklaut wird dann kann ich demjenigen böse sein ich kann natürlich mich ärgern ich kann über mich selber sauer sein ich kann aber auch in dem moment üben was heißt das für mich was passiert denn da gerade jetzt in jedem moment findet spiritualität statt also es gibt keinen augenblick ohne sie das ist uns leider nicht bewusst genug alles ist leben alles ist bewegung von vom herz auch nicht von der äußeren bewegung gott fügt und dieses ist eine bewegung die mit fluss zu tun hat keine bewegung die kommt meine emotionen an an triggert und dann reagiere ich das ist nicht eine reaktion es ist das leben fließt und wenn man sich total einlässt lässt man auch das leben total geschehen unsere wahre spiritualität das ist das göttliche in uns unsere göttliche natur wie sieht denn das dann eigentlich aus wenn ich in begrenzung und mangel bin was bedeutet das überhaupt und wie steht das in verbindung mit der spiritualität kann ich überhaupt spirituell sein wenn ich in begrenzung und mangel bin oder mich fühle ja also wenn man in begrenzungen lebt und denkt dann schließt man vieles aus man schließt auch seine eigene spirituelle stärke aus man versteht sich dann mehr als mensch und man misst sich selbst an seinen gefühlen und man ist auch in den gefühlen in der spiritualität bist du eben nicht in den gefühlen du bist nicht identifiziert mit ihnen und das ist ja so wichtig dann ist man ja das ist wichtig in der spiritualität in dem erhöhten sein dass man sich in den fluss seines herzens hineinbegeben kann sich von den gefühlen wieder löst weil der mangel zum beispiel in uns der hat eine wirklich destruktive energie reduziert sich und diese erniedrigende energie die viele menschen in sich tragen die wirken ja nicht gesegnet aus einer erniedrigten energie kann ja keine größe erwachsen sein eigenes licht sieht man nicht man kann das licht des anderen zwar irgendwo sehen man stellt andere über sich aber sein eigenes licht sieht man nicht man stellt andere auf den sockel und was wird passieren man stößt sich wieder vom sockel also es ist keine gute voraussetzung in dieser erniedrigten energie zu sein und es ist die liebe in uns die diese kraft umwandelt und uns dabei hilft dass wir diese menschlichen anteile und diese verflechtung mit dem äußeren leben entwirren ja das ist schon ist schon ein manchmal herausfordernder weg muss man so sagen ja mal boris nur gibt es ja eine ganze menge menschen die auch so ticken wie wir und die sehen jetzt vielleicht sogar unsere videos aber was können sie denn darüber hinaus noch machen gibt es irgendwie eine möglichkeit bei dir ein seminar zu besuchen oder vielleicht sogar dass man mit dir online was gemeinsam machen kann was hast du da für möglichkeiten inzwischen auf die reise gebracht oder wie kann man sich mit dir da in verbindung setzen wenn man jetzt mehr lernen will wenn man noch tiefer einsteigen will ja also was das wichtigste ist ja eigentlich dass man sich mal einlässt und dass man nicht nur schnell informationen holt sondern ich habe das mal in einem anderen video erklärt ich glaube im siebten video wie wichtig es ist dass man sich einlässt dass man in die tiefe geht im sinne von verweilen also wie zum beispiel in der stille ich biete deswegen seminare an damit man dem ego weniger chancen einräumt man ist über längere zeit über ein oder zwei wochen in kontakt mit einer feinen energie die bereitgestellt ist auch von den lichtwesen die aber auch von den teilnehmern gewünscht ist das ist eine optimale grundlage das ist nicht nur ein kurzer augenblick mal eine stunde oder eine halbe die man sich darauf einstimmt dann wird ja eben wieder das äußere selbst es greift wieder wenn wenn wir über längere zeit uns auf die kraft einstimmen mit ihr gehen dann geht das sehr tief und ich war überhaupt nicht der meinung oder der in meiner persönlichen damaligen bereitschaft seminare zu geben das war gar nicht meine absicht weil ich überhaupt nicht der typ war der vom menschen sprechen wollte aber genau das ist heute meine aufgabe ich muss ich muss das machen und ja und dadurch bin ich auch aus meiner person herausgewachsen oder immer mehr herausgewachsen das ist das was ich natürlich mit den menschen teilen kann dass ich ihnen mut mache an sich zu glauben und wie ich das schon vorher gesagt habe ist das das wichtigste dass das wir uns einander widerspiegeln dass man an sich glaubt und dass man zugang zu sich haben kann durch andere die nicht in einem die fehler sehen was eben nicht in ordnung ist sondern das göttliche anschauen das ist für mich wichtig auch in seminaren da geht es jetzt nicht unbedingt nur darum dass man immer betet meditiert oder mit sich ist sondern dass man auch diese energie ausstrahlt das war übrigens einer der ersten worte die in der geistigen welt durch mich kam war strahl das licht strahlt es aus leuchtet strahlt damals haben wir das nur gar nicht so richtig verstanden was heißt das ist strahlen lass dein licht strahlen wir haben uns ja gar nicht so lichtvoll gefühlt das muss man ja auch erst mal in sich kennenlernen diesen göttlichen teil das seelische dass das uns so nahe ist und dass es so möglich ist und deswegen sind seminare finde ich ob jetzt bei mir oder bei anderen menschen wichtig damit man unter gleichgesinnten in ein energiefeld kommt wo das möglich ist zu leben wo man wirklich mal zeit hat sein herz zu öffnen sich dieser kraft zu widmen und in die tiefe zu gehen und wenn man die tiefe geht dann geht dann geht man an so viel altem vorüber ohne dass das alte dadurch so belebt wird sondern man geht immer tiefer und was dann hochkommt kann durch diese durch diese liebe und durch diese schwingung viel leichter gelöst werden und das ist für mich ein ganz gesegneter weg also gesegnet heißt zum beispiel für mich es ist vom göttlichen vorgegeben das göttliche bietet es an es gibt es wenn ich ganz ruhig bin sagen wir wie eine wie ein nerv der ganz still friedlich ist der nur aus diesem sein berührt wird dann bin ich hoch empfindlich und sensibel zugleich und spüre sofort wenn ein anderer spieler des lebens diese seite berühren will und ich kann dann lernen zu unterscheiden was erreicht mich und wenn ich dann diesen fokus durch die erhöhte energie die sich automatisch nach einiger zeit einstellt behalten kann dann kann ich ganz lange auf diesem gesegneten weg bleiben und schlussendlich lernen diesen gesegneten weg der vom göttlichen strom vorgegeben ist immer wahrzunehmen nur der entkleidet einem ja wieder wenn man zum beispiel im seminar ist dann geht es häufig menschen so dass sie dann nach einiger zeit wieder zurück in ihr leben müssen oder ja also auch energetisch zurückkommen und dann man die energie hält natürlich schon einige wochen das ist absolut monate und verändert auch etwas aber man muss wieder an die teile herankommen wo man noch nicht bei sich ist noch nicht gefestigt ist und deswegen ist das leben im grunde eine riesen möglichkeit sich so oft wie es geht in diese tiefe zu begeben weil man diese lichte energie die man erlebt in sein bewusstsein bringt und dadurch ein leben an einem leben folgt und einer gesegneten energie folgt die aus der liebe kommt also das leben schlägt uns etwas vor es zeigt uns etwas ja es will uns immer etwas zeigen das uns erfüllt es will uns nichts nehmen und das ist doch das was wir suchen ja wir suchen nach sag jetzt noch mal leicht partnerschaft oder wir suchen nach nach mehr zufriedenheit das leben will gar nichts anderes die liebende die liebende gegenwart will überhaupt nichts anderes als uns genau das zu zeigen und durch diese gesegnete einstimmung also durch die erhöhte energie durch das halten dieser kraft durch die feine schwingung durch das wohlwollen in einem das von einem ausgeht das man ausstrahlt nimmt man diese gesegnete vorgabe auf man erkennt den weg der von der gegenwart gegeben ist aber man kann den nicht erkennen wenn man nicht in dieser kraft ist dann hat man immer fragen und sagt ja wo ist denn dies was ich suche finde ich mal jemanden werde ich glücklicher werde ich zufriedener finde ich mehr zufriedenheit mit mir finde ich meinen beruf all diese fragen sind ja nur da weil man nicht genug in diesem gesegneten strom ist aber wie gesagt das ist auch nicht dass man einfach so das kann jetzt mal kommen und ihr geistführer helft mir mal jetzt dabei das leben fügt das leben zeigt auf die geistige führung wirkt ständig und sie führt uns dorthin aber setzt auch voraus dass wir achtsam sind dass wir offen sind und es ist sehr wichtig wenn wir zum beispiel uns liebe wünschen dann kann ich nicht einfach sagen ich wünsche mir liebe das ist eigentlich egoistisch aber wenn ich sage ich wünsche mir liebe damit liebe durch mich wirkt ich wünsche mir fülle damit fülle durch mich wirkt also nicht nur meinetwegen damit es mir besser geht sondern damit es durch mich auch zum wohle anderer wird ist das eine ganz andere grundlage und damit es viele esoterische wissen ein spirituelles wissen wird das mit ganz vielen aha effekten einhergeht zum beispiel wie ja warum soll ich denn in die stille gehen auf einmal aha jetzt verstehe ich damit das möglich ist braucht es die zeit die anbindung an das licht das wiederholte üben und die kontinuität daher halte ich seminare für etwas total wichtiges und jeder wählt sich die menschen aus von denen er gerne lernen möchte das ist eine herzfrage wie du vorher gesagt hast du bist ein menschen die so wie wir auf dem weg sind es gibt so viele realitäten auch im spirituellen und es gibt leute die sind mit einem ganz gewissen erkenntnis prozent erkenntnis ja prozentsatz sind die einfach völlig zufrieden weil das für sie schon ein erwachen ist für andere ist das noch lange nicht abgeschlossen die wollen viel weiter die haben einen inneren fokus die wollen die wollen in die ekstase die wollen in die totalität der liebe und so wird man denjenigen schon finden der die energie repräsentiert die man sucht ich finde aber eben noch wichtig dass in der esoterik eben der konsum sehr stark im vordergrund steht und dass man das erkennt dass man im grunde den konsum den man vorher geführt hat in seinem leben kann man auch konsum führen mit partnern mit menschen mit allerlei materie die verzeiht es einem der aber menschen nicht so und in der spiritualität muss man sich dann selber verzeihen irgendwann wenn man sieht wie man dann gelebt hat aber das tut einem dann erst der tiefgang auf wenn man wirklich zu sich kommt dann wird einem ganz viel aufgehen und es ist auch mehr auf die oberen chakren bezogen spiritualität die natürlich die unteren chakren wie auch die körperlichkeit ja partnerschaft sexualität mit einbeziehen wo alles einbezogen wird zusammenfließt zur liebe wird das aber nichts das man einfach machen kann oder machen will sondern das ist ein ganz natürlicher weg dass man zum Beispiel auch durch diese esoterik geht und bis man irgendwann erkennt was einem total wichtig ist und dann tut sich das auf was eben das leben bereithält es will einen ständig beschenken wenn man das mal erkennt dass das leben liebe ist und dass man selber liebe in sich trägt ich bin liebe und dass man das sagt und richtig ja frei sagt und nicht ja ich bin vielleicht ein bisschen liebe oder ich bin ein teil der liebe vergiss es sag die wahrheit du bist liebe und es ist wichtig das sagen auch die meiste sagt Raphael aufgestiegene meiste erkenne deine göttlichkeit an und sprich die worte nicht nur einmal zweimal oder dreimal sondern geh in dich ich bin liebe mit dem ich bin spricht man nicht die person an die person die kommt dann irgendwann in die allmachtsfantasien hinein man muss tiefer gehen still werden man leitet ein man fühlt vielleicht am Anfang die Liebe noch nicht aber man sagt die Wahrheit du bist Liebe dann gehst du in dich ich bin Liebe ich bin Liebe und ich bin Licht du bist einen Moment still dann sagst du es wieder du übst es einige Tage immer wieder und du wirst feststellen das wird dich sehr überraschen dass es auf einmal durch dich spricht wenn du hast dein Tor geöffnet und auf einmal spricht es aus dir ich bin Liebe und du ui was war das jetzt es kommt von ganz alleine man öffnet das Tor zum Selbst man hat es vorher verschlossen vernebelt und auf einmal weil man die Wahrheit sagt wird die Energie erhöht man geht dem Inneren entgegen sozusagen bildhaft gesprochen und das Innere spricht es spricht durch uns das ist so selbstverständlich und so natürlich dass das Göttliche durch uns spricht wir erwarten dass das Andere der Kanal für uns sind aber jeder kann es selbst sein ich bin Liebe das ist eigentlich das perfekte Schlusswort und mit der Schwingung möchte ich erstmal dir lieber Boris danken dass du uns so wunderbar da wieder hingeführt hast dass wir jetzt in der Zukunft eben wirklich genau damit beginnen können falls wir es noch nicht schon gemacht haben dass wir einfach unsere Schwingung damit erhöhen indem wir das zunächst erstmal ganz normal menschlich sagen und dann mal gucken was geschieht was mit uns dabei geschieht hast du abschließend noch was für unsere Zuschauer nicht warten sofort beginnen beginnen genau wir fangen an alles klar super dankeschön nochmal ja auch dir ganz herzlichen Dank dass du wieder bei uns und mit uns warst und vielleicht konntest du ja ein bisschen was mitnehmen aus unserem Gespräch beziehungsweise aus dem was Boris so wunderbar uns erklärt hat und in dem Sinne wünschen wir dir von hier aus jetzt aus ganz tiefem Herzen wieder alles Liebe ein bisschen was mitnehmen